Musik Einen schönen guten Abend. Im Gegensatz zu diesem Hemd hat das letzte Hemd bekanntlich keine Taschen. Das heißt so viel wie, wir können nichts mitnehmen. Das stellt uns täglich vor die Herausforderung, auch heute Abend, von was können wir eigentlich loslassen? Was ist wichtig und was ist nicht wichtig? Was ist die Hauptsache und was die Nebensache? Ich lade Sie ein, täglich loszulassen. Wir tragen so viel mit uns rum. Wir machen uns so viel Sorgen um das, was wir erreichen müssen und noch haben müssen. Letzten Endes hat das letzte Hemd keine Taschen und das lädt uns ein, jetzt schon loszulassen. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Lassen Sie uns gemeinsam beten mit Worten aus Psalm 4. Und dann schlafen Sie gut im Segen des Herrn. Amen. Und dann schlafen Sie gut im Segen des Herrn.